Und Alex fängt aber heute mal an. Yay, großartig. Ich habe ein Stativ, was ich gerne picken würde. Und das ist von Manfrotto. Erzählt mir, wie man es ausspricht. Manfrotto ist richtig, oder? Das ist in Italienisch, da muss vielleicht der Manfrott. Ah, verstehe, verstehe. Das wäre natürlich sehr elegant, aber ich glaube, mit Manfrotto kommst du einfach auch durch. Und das ist das Pixi. Ein kleines Tischstativ. Wir hatten neulich den iPhone-Adapter nicht, oder? Genau. Der liegt ja auch hier. Der ist auch von Manfrotto. Das war der, den man angeblich nirgendwo bekommt. Und dann zwei Wochen später schmür er überall auf. Also das war auch ganz lustig. Das ist eine gute Sache, dass du das erwähnst, weil ich hatte in dem Pick, hatte ich erwähnt, dass es da ein Stativ dazu gibt. Und ich habe mich eigentlich jetzt rückblickend geärgert, das nicht gleich dazu gekauft zu haben. Und das habe ich jetzt nachgeholt. Ich habe das hier aus dem Apple Store gekauft. 25 Euro, glaube ich, ist so die Hausnummer, die man dafür bereit sein muss zu zahlen. Und es ist ein sehr, sehr schönes Stativ. Ich finde das, ich bin da sehr begeistert. Ich hatte bislang viele von den Gorilla-Pots. Und da hantiert man ja eher mit so beweglichen Teilen. Und das ist jetzt die komplette andere Seite. Da hat man einfach ein Dreibein-Stativ. Und das klappt man aus. Und dann steht es halt fest in einer Höhe. Muss nichts hinbiegen und so weiter. Und du hast einen Stativ-Kopf, den du durch Reindrücken von diesem kleinen seitlichen Button kannst du den frei bewegen. Und so kannst du halt irgendwie ein bisschen Neigung und in deine Kamera bringen, die du anbringst. Das ist stabil genug. Das ist so eine Hand groß ist, das ganze Ding. Stabil genug, um halt eine fette Kamera zu halten. Du kannst das iPhone reinstecken. Ich habe, wie gesagt, diesen anderen Manfrotto iPhone-Halterung habe ich da drauf. Und dann habe ich ein schönes Stativ, wo ein iPhone beispielsweise mal drinstecken kann. Und ich finde, es ist trotzdem sehr, sehr handlich. Es ist super stabil gebaut. Ich habe so Gummifüße. Das heißt, das rutscht auch nicht auf irgendeinen Tisch hin und her. Und ich mag halt, dass es sehr, sehr leicht aufzubauen ist. Ich mag die Gorilla-Pots, aber es ist halt manchmal, wenn du halt die irgendwie erst hinbiegen musst und so weiter, das ist halt sehr leicht aufzustellen. Und eine ganz andere Art von Stativ. Und deswegen mag ich das gerade sehr. Und es einfach mal irgendwie so spontan gekauft. Ich hatte jetzt keinen richtigen Anwendungsfall. Habe aber irgendwie dran drei schon gefunden, als ich dann hier eintraf. Ich bin also ganz begeistert. Es wäre so ein so ein Handhoß. Ja, es ist so lang wie meine Hand, würde ich sagen. Und ein Drei-Bahn-Stativ, was man einfach auseinanderklappt. Es rastet dann auch irgendwo ein oder so, sondern es ist, es hält einfach so, wie man es halt irgendwie ausklappt. Genau. Super simpel, aber es ist das Pixi von Manfrotto. Gut, und das gibt es überall zu kaufen. Eigentlich dachte ich ja, aber irgendwie, ich habe es im Apple Store dann gekauft, weil ich habe eine andere Bestellung von einem sehr abstrusen Game-Controller auch gehabt, der es letzte Woche schon ins Blog geschafft hat. Und da habe ich es einfach beigelegt, habe mich aber dann trotzdem gewundert, dass ich habe es gesucht an mehreren Orten und dann nicht gefunden. Aber ich bin, wie wir beim letzten Pick schon erfahren haben, ich bin scheinbar nicht der fähigste, Mensch, die Items zu finden. Deswegen, ich habe es aus dem Apple Online Store gekauft. Okay, gut, wir linken das alles und dann könnt ihr da vielleicht auch gucken, vielleicht auch zusammen, gab es das nicht zusammen mit dem anderen auch oder so? Oder muss man das dann einzeln kaufen? Weiß ich nicht mehr, aber ich habe die, ich habe es jetzt einzeln gekauft und ja, also ich weiß nicht, also gerade für diese Tischsituation ist das, ist das eine super Höhe und es ist halt so groß, dass du es halt auch gerne mal dabei haben kannst überall und ein Stativ brauchst du eigentlich immer irgendwo, weil du diese iPhones ja irgendwo nicht mehr aufstellen kannst so schön und das mit Gegenlehnen und so, das ist alles nicht so toll. Deswegen hast du, hast du aus dem, also gerade die Kombination halt ist, die ist jetzt keine leichte, ja, das ist nicht die leichteste Fassung, das ist halt so sehr massiv und so verarbeitet, aber deswegen steht es halt auch sehr, sehr fest und ja, deswegen, das habe ich gerne dabei, um einfach irgendwie irgendwo ein iPhone aufzustellen oder halt mal eine Kamera drauf zu schrauben und dann irgendwo die stehen zu lassen und so weiter. Genau. Gut. Das linken wir, Leo, hast du was dabei? Ich möchte